Freundinnen und Freunde der Sterne, die Finsternissaison geht auch im Mai noch weiter. Auf die Sonnenfinsternis vom 20. April folgt nun eine partielle Mondfinsternis am 5. Mai. Und es gibt noch was super Wichtiges. Jupiter, der mächtige Wohltäter unseres Sonnensystems, wechselt aus dem feurigen Widder in den geerdeten Stier. Das ist eine spürbare Veränderung der Energie, der Gesellschaft und der Finanzmärkte. Wie sich das alles auf euer Sternzeichen auswirkt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast, zu diesem Beitrag mit den Tendenzen im Mai 2023 für die 12 Sternzeichen. Wann euer Zeichen jeweils beginnt, das seht ihr in den Timecodes unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise den Shownotes, und zwar unter dem Horoskope-Shop. Bevor ich in die Sternzeichen einsteige, habe ich noch ein paar wichtige kosmische Infos und erzähle euch ein bisschen was zum Übergang von Jupiter in den Stier. Außerdem habe ich auch wieder Geschenke für euch. Wie habt ihr die große Sonnenfinsternis vom 20. April erlebt? Elon Musk wird diesen Tag bestimmt nie vergessen, an dem seine SpaceX-Weltraumrakete beim ersten Testflug explodiert ist. Ich als Astrologin hätte ihm bestimmt davon abgeraten, den Raketenstart ausgerechnet auf dieses Datum zu legen. Ich sage ja immer, eine Sonnenfinsternis ist kein guter Tag zum Start eines Großprojekts. Aber, ich habe auch gesagt, bei dieser Sonnenfinsternis öffnet sich ein Tor zu den kosmischen Kräften der Zukunft. Sie channellt die Energien für alle, die sich darauf einlassen. Wir können uns zu diesem Neumond auf die Themen der neuen Zeit einstimmen. Ich habe mich voll gefreut über eure vielen interessanten Rückmeldungen zur Sonnenfinsternis hier und auf Instagram. Einige haben die Energie als überwältigend empfunden, andere sind gut damit klargekommen. Kommt halt immer darauf an, was man damit macht. Ich fand das super interessant. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, solltet ihr auch mal bei mir auf Instagram reinschauen, gerne auch folgen und die Kommentare lesen. Sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank an alle, die ihre Erlebnisse so offen mit der Community geteilt haben. Weiter so. Bevor wir uns die Sterne im Mai anschauen, habe ich erst noch ein Geschenk für euch, nämlich meine monatliche Verlosung. Ich verlose ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF, weil das ja so wichtig ist, zu wissen, wo eure persönlichen Planeten stehen. Mehr zur Verlosung erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, und aktiviert auch bitte das Glöckchen für die Benachrichtigung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im April. Ein persönliches Venus-Horoskop geht an Beate Gehling. Vielen Dank für dein nettes Feedback. Das hat echt gut getan. Bitte schreib uns eine Mail mit deinen Geburtsdaten unter service-at-antonialangsdorf.com. Das siehst du hier unten eingeblendet, damit wir dir dein Horoskop zuschicken können. Und jetzt schauen wir uns die wichtigsten Konstellationen des Monats im Überblick an. Wir starten mit einem Feiertag in den Mai. Das ist doch immer wieder schön. Wenn ihr spirituell arbeitet, könnt ihr euch an dem Tag nochmal mit den Wandlungskräften Plutos verbinden. Der wird nämlich am 1. Mai rückläufig. Und in den Tagen rund um diesen Richtungswechsel sind die Kräfte eines Planeten immer besonders stark spürbar. Das nur als Tipp für alle, die sich noch ein bisschen intensiver mit Pluto befassen wollen. Ihr könnt auch tiefer einsteigen und euch das große Pluto-Horoskop, so transformierst du dein Leben, bestellen. Darin erfahrt ihr für die nächsten drei Jahre, wo die Wandlungskräfte Plutos in eurem Geburtshoroskop aktiv sind. Dazu bekommt ihr noch weitere wichtige Informationen zum Umgang mit Plutotransiten. Ihr könnt euch den Einführungsrabatt von 30% noch bis zum 30. April sichern. In den ersten beiden Mai-Wochen ist Merkur noch rückläufig und der spontane Uranus funkt auch immer wieder dazwischen. Deswegen wäre mein Tipp, bis zum 15., möglichst sogar bis zum 20. Mai alles ruhiger angehen zu lassen. Plant am besten nichts zu Kompliziertes. Es heißt ja auch immer, man soll unter Merkur rückläufig möglichst keine wichtigen großen Anschaffungen tätigen und auch keine Verträge unterschreiben. Aber das geht ja nun auch nicht immer. Deshalb, falls es sich nicht umgehen lässt, lasst euch Zeit, lest alles sorgfältig durch und fragt gegebenenfalls nochmal nach. Und schaut auf jeden Fall, ob ihr auch wirklich alle relevanten Informationen zusammen habt. Am 5. Mai haben wir dann diese super spannende Mondfinsternis auf der Achse Stier und Skorpion. Also die Sonne steht im Stier, die Mondin im Skorpion. Und außerdem hat hier auch die wilde Göttin Lilith ihren großen Auftritt, denn sie wird hier von dieser Spannungskonstellation in ein großes Dreieck eingebunden. Deshalb glaube ich, dass unsere Seelenkräfte von dieser Mondfinsternis geweckt werden. Und zwar im Zusammenhang mit unseren urigen Instinkten. Wir spüren dann ganz stark, wer wir sind und was für uns geht und was nicht. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnte euch der Mai und insbesondere diese Mondfinsternis tatsächlich auch eine ganz heiße neue Affäre bescheren. Da sind ja die Schicksalsanzeiger-Mondknoten eingebunden. Und wenn die aktiviert werden, begegnet man neuen Menschen. Und der spontane Uranus ist auch dabei. Da kann also richtig der Liebesblitz einschlagen. Aber wir sind wegen des rückläufigen Merkurs auch verpeilt. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr eure Telefonnummern austauscht, damit ihr euch später wiederfindet. Ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, können wir zu der Mondfinsternis ganz wichtige Seelenbotschaften empfangen. Vielleicht werden wir dazu auch durch Begegnungen mit anderen angeregt. Die Mondfinsternis fällt auf einen Freitagabend. Deswegen wäre mein Tipp, dass ihr euch das Wochenende drauf Zeit nehmt, um ein Ritual durchzuführen, um euch mit diesen Kräften zu verbinden. Das kann übrigens auch gut mit einem Liebespartner geschehen, sozusagen als heilige Vereinigung. Das ist ja auch immer der Sinn des vorausgegangenen Beltane-Fests, wenn wir in den Mai tanzen. Also der Liebe dienen und dabei Sexualität und Spiritualität miteinander verbinden. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr dieses Ritual zum Beispiel nutzen, um über eure Wunschpartnerschaft zu meditieren. Oder um eure Selbstliebe zu stärken, sprich die Beziehung mit euch selbst. Jedenfalls werde ich zu diesem Thema einen extra Livestream am 2. Mai machen. Da schauen wir uns das genauer an und sprechen auch nochmal über die Kraft der Rituale. Im Beziehungsalltag müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, denn rund um diesen Vollmond werden wahrscheinlich die Gefühlswellen hochschlagen. Also wenn in eurer Partnerschaft was im Argen liegt, dann wäre das jetzt eine Sollbruchstelle. Und dabei könnte auch das Thema Eifersucht eine Rolle spielen, wenn die Liebesverhältnisse nicht geklärt sind. Diese Konstellationen sagen mir, dass hier Besitzdenken auf Freiheitsdrang trifft und dass man nicht klammern darf. Und ihr solltet auch rund um diesen Vollmond möglichst keine schwierigen Themen auf den Tisch bringen. Übers Geld streiten ist zum Beispiel total tabu. Das kann man alles ein andermal besprechen. Dieses Wochenende gehört den magischen Kräften des Kosmos. Und am Sonntag, den 7. Mai, geht außerdem Liebesgöttin Venus in den Krebs, wo sie ihre verbindenden und weiblichen Kräfte besonders gut entfalten kann. Dort stärkt sie auch den Familienzusammenhalt und lädt uns in ihren gemütlichen Palast zum Kuscheln ein. Ein Tag, den ihr euch merken solltet, ist der 9. Mai. Da trifft sich die Sonne mit dem hochenergetischen Uranus im Zeichen Stier. Der Revoluzza-Planet ist den ganzen Mai über stark aktiviert. Deswegen wird es insgesamt ein ziemlich bewegter Monat. Aber das ist der Tag, an dem die Konjunktion mit der Sonne stattfindet. Das ist wie ein Ausbruch an kosmischer Energie. Zum Glück steht die Mondin günstig dazu im vernünftigen Steinbock. Vielleicht kann es dann auch den einen oder anderen geistigen Durchbruch geben. Der nächste wichtige Tag, den ihr euch rot im Kalender anstreichen müsst, ist der 15. Mai. Dann wird nämlich der Merkur im Zeichen Stier wieder direktläufig. Aber noch wichtiger ist der 16. Mai. An diesem Tag um 19.20 Uhr tritt Glücksplanet Jupiter für ein Jahr in den geerdeten und genussvollen Stier ein, nachdem er vorher insgesamt zwölf Monate im Kampfzeichen Widder verbracht hat. Das ist ein sehr wichtiger neuer Transit, der ganz viel in der Gesellschaft, aber auch in eurem persönlichen Erleben verändern kann. Dazu mache ich aber noch einen extra Beitrag über die Bedeutung von Jupiter im Stier für die Welt und für die zwölf Sternzeichen. Wichtig ist jetzt im Mai, dass Jupiter gleich vom 16. bis 28. Mai eine heftige Konstellation mit Mars und Pluto bildet. Das wird erstmal ungemütlich. Dann könnte es zu einer Schuldenkrise kommen, die kurzfristig die Märkte erschüttert. Außerdem ist diese Phase auch für unsere Beziehungen mit Vorsicht zu genießen. Es gilt also weiterhin bloß nicht wegen dem Geldstreiten. Und am besten auch keine Kredite aufnehmen und vorsichtig sein mit Spontankäufen. Darauf gehe ich gleich in den Sternzeichenhoroskopen ein, wie sich das für jeden Einzelnen auswirkt. Der Eintritt Jupiters in den Stier wird begleitet vom Neumond im Stier, nur drei Tage später, am 19. Mai, und der aktiviert Themen wie persönliche Werte und materiellen Besitz. Hier sehen wir dieses mächtige Spannungsdreieck, das zu einer Finanzkrise führen könnte. Vielleicht wird dann auch politisch dick aufgetragen und versucht, Kontrahenten einzuschüchtern. In der Welt kommt es dann sehr darauf an, welche Kräfte die Oberhand gewinnen, die egoistischen Machthaber oder die Pragmatiker, denen das Wohlbefinden der Menschen wichtig ist. Andererseits gleicht die Neumond-Konstellation diese Spannung auch wieder aus. Drohgebärden können sich als Papiertiger erweisen und wahrscheinlich beruhigen sich dann auch die aufgeheizten Märkte schon bald wieder. Deshalb lasst euch davon nicht beirren. Zum Glück gibt es ja noch andere schöne Themen, die von diesem Neumond im Zeichen Stier angesprochen werden, nämlich die Liebe zur Natur, Sinnlichkeit, Genuss und der Wunsch, sich in Ruhe um das eigene Leben zu kümmern. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, am besten mit den Menschen, die wir lieben. Vorschläge für die Neumond-Meditation und was der Neumond in eurem Horoskop bedeutet, bekommt ihr gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Am Tag nach dem Neumond beginnt der Mars seinen nächsten Transit und geht für sechs Wochen in den Löwen. Anfangs beteiligt er sich, wie gesagt, an dieser Planetenspannung und Mars im Löwen kann tatsächlich übersetzt werden mit das dicke Ego. Aber wenn man diese Energie gut handhabt, dann ist es halt auch eine heiße Leidenschaft, superschöne Kreativkräfte, Power und Spaß beim Sport, starker Einsatz für Herzensprojekte, guter Sex und nicht zuletzt eine große Begeisterung, aktiv etwas mit dem eigenen Nachwuchs zu unternehmen. Außerdem setzt man sich dann mit Löwenkraft für die Menschen ein, die einem wichtig sind. Deswegen kann dieser Mars durchaus auch familienfreundlich sein. Nur diese Spannung muss sich halt erst mal wieder legen und das dauert bestimmt so bis zum 28. Mai. Während dieser Phase, am 21. Mai um 9.09 Uhr, tritt die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge ein und dann wird die Energie insgesamt leichter und lockerer. Und es gibt auch romantische Aspekte, sodass der eine oder andere vielleicht jetzt auf seine Zwillingsseele trifft. Die Sonne verbindet sich dann konstruktiv mit Machtplanet Pluto und Mars. Das kann uns tüchtig und effektiv machen und ist bestimmt gut zum Arbeiten oder um an den Feiertagen aktiv etwas zu unternehmen. Wobei uns der strenge Saturn auch wieder auf den Boden holt, wenn wir zu viel auf einmal machen wollen. Mein Tipp wäre, dass ihr euren Nachrichtenkonsum auf das Nötigste reduziert und euch auf die Menschen, die ihr liebt, konzentriert und vielleicht all den schönen Dingen nachgeht, die man im Mai so machen kann. In der Natur, beim Gärtnern, beim Sport, draußen feiern, die Frühlingssonne genießen und natürlich auch der Liebe dienen. Wir sollten einfach jede Gelegenheit nutzen, das Leben zu genießen, so gut wir nur können. Erfreulicherweise baut sich zum Ende des Monats ein wunderschöner Aspekt für spirituelle und romantische Liebe auf, nämlich zwischen Liebesgöttin Venus und dem spirituellen Neptun. Das kann denen den Rücken stärken, die sich für die Liebe und die Verbindung und gegen den Kampf zwischen den Egos entscheiden. Pfingsten ist doch auch ein spirituelles Fest. Vielleicht können wir die Pfingsttage zum Monatsende dafür nutzen, friedliche Schwingungen zu erzeugen und das Leben zu feiern. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Mai und jetzt wollen wir uns den Sternzeichenhoroskopen zuwenden. Ihr könnt bei eurem Sternzeichen schauen, da deute ich vor allem die Aspekte, die die Planeten zur Sonne bilden. Oder ihr seht euch euer Aszendentenzeichen an. Da kommt dann die Deutung der Häuser mehr zum Tragen. Da müsst ihr einfach gucken, mit welchen Informationen ihr mehr in Resonanz steht. Jetzt wünsche ich euch viel Freude mit den Sternzeichenhoroskopen und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. In diesem Monat geht es häufig um eure Finanzen, die ihr gut im Blick behalten solltet. Außerdem ist Family Time angesagt. Nutzt die Feiertage im Mai, um etwas mit euren Lieben zu unternehmen. Mehr darüber erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich noch diesen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskop-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet in den Monat mit schönen Liebes- und Flirtkonstellationen. Vielleicht tanzt ihr ja frisch verliebt in den Mai. Genießt das noch bis zum 7. Mai. Das ist eine schöne soziale Woche. Und noch bis zum 15. steht Jupiter bei euch im Zeichen. Auch das ist ein Wohlfühlfaktor. Danach verlagert sich die Aufmerksamkeit in euren familiären Bereich. Gut möglich, dass ihr Lust bekommt, zu dekorieren und nette Menschen einzuladen. An den Feiertagen im Mai könnt ihr angenehme Stunden mit Familienmitgliedern verbringen. Viel Energie geht aber auch in eure finanziellen Angelegenheiten und ihr verspürt das Bedürfnis, hier einiges zu regeln. Dieser Bereich wird von der Mondfinsternis zu Vollmond am 5. Mai aktiviert. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr in Bezug auf Finanzielles nicht zu emotional reagiert. Vielleicht ereignet sich auch etwas, was an eurem Selbstwertgefühl kratzt. Oder eine Anschaffung klappt nicht. Oder ihr habt eine super spontane Idee, die auf andere eher verwirrend wirkt. Das kann auch daran liegen, dass der Merkur in eurem Geldhaus noch bis zum 15. Mai rückläufig ist. Deswegen wäre mein Tipp, dass ihr diese Themen erstmal sacken lasst und innerlich anschaut. Dafür könnt ihr auch die Vollmondmeditation nutzen. Aber werdet noch nicht gleich aktiv, wenn nicht unbedingt nötig, sondern wartet damit möglichst noch bis Mitte des Monats. Danach habt ihr nämlich eine lang anhaltende finanzielle Glückssträhne. Denn am 16. Mai geht Glücksplanet Jupiter für ein Jahr durch euer Geldhaus. Und das wird sich günstig auf eure finanzielle Situation auswirken. Deswegen Anfang Mai nichts überstürzen. Die guten Gelegenheiten kommen noch. Der Neumond am 19. Mai im Stier aktiviert diese Themen nochmal. Und dann ist es Zeit für einen finanziellen Neubeginn. Ihr könnt nochmal drüber meditieren, welche finanziellen Themen wichtig sind. Oder wo ihr etwas für euer Selbstwertgefühl tun könnt. Was braucht ihr, um euch innerlich reich zu fühlen? Wo wünscht ihr euch Wertschätzung und Anerkennung? Und was könnt ihr tun, um sie zu erreichen? Das wären zum Beispiel gute Fragen für die Neumondmeditation. Einige von euch, besonders die Geborenen der dritten Dekade, kämpfen mit einem angespannten Aspekt zum Mars und sind vielleicht gereizt und ungeduldig. Kritisch ist hier vor allem die Zeit vom 14. bis 20. Mai. Da gibt es eine Lösung. Schaut, dass ihr euch für eine gute Sache einsetzt. Vielleicht könnt ihr jemandem helfen oder ein Tier retten. Das würde die Energie in positive Bahnen lenken. Und ihr hättet ein Erfolgserlebnis. Richtig gut wird es ab dem 20. Mai. Dann läuft der Mars für sechs Wochen durch den Löwen. Und das ist super günstig. Seine Energie macht euch vital, unternehmungslustig und regt euch an, mehr Sport zu treiben, neue Hobbys auszuprobieren und auch im Beruf kreative Ideen einzubringen. Allerdings geht der Powerplanet bis zum 28. Mai in den Clinch mit Pluto. Und dann liegt eine kämpferische Stimmung in der Luft. Das könnte euch zu besonderen sportlichen oder finanziellen Risiken verführen. Oder ihr seid so stürmisch, dass ihr andere vor den Kopf stoßt. Seid in diesen Tagen besonders achtsam. Aber abgesehen davon dürft ihr euch auf eine gute Zeit mit viel Mars-Power bis zum 10. Juli freuen. Fast zeitgleich mit dem Mars, nämlich am 21. Mai, geht die Sonne in die Zwillinge. Und auch das ist eine schöne und leichte Energie für euch, die euch in den kommenden vier Wochen euer Sozialleben anregt. Falls es ein nettes Nachbarschaftstreffen gibt, geht unbedingt hin. Bis zum Monatsende habt ihr dann energiegeladene Tage. Schaut, dass ihr über Pfingsten etwas Aktives und Sportliches mit lieben Menschen macht. Und in der Woche nach Pfingsten könnt ihr beruflich richtig in die Vollen gehen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr Mai-Kinder seid und im Wonne-Monat Geburtstag habt. Der Kosmos schenkt euch ab dem 16. Mai ein ganzes Jahr mit Glücksplanet Jupiter. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher noch ein wichtiger Hinweis. Am 16. Mai geht Glücksplanet Jupiter für ein Jahr in euer Zeichen. Deshalb kann es sich für euch lohnen, wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau zum Geburtstag gönnt oder wünscht. Denn darin erfahrt ihr, in welchen Lebensbereichen sich die Kraft Jupiters für euch individuell ausdrückt und außerdem auch, wo er in eurem Geburtstagshoroskop seine segensreichen Kräfte entfaltet. Die Jahresvorschau und weitere Horoskopanalysen verlinke ich euch auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Mai wird ein bewegter Monat. Das Zeichen Stier sprüht nur so vor kosmischer Energie. Deswegen vermute ich, dass ihr häufig im Mittelpunkt stehen werdet. Wenn ihr eine Geburtstagsparty plant, denkt nur daran, dass der Merkur noch bis zum 15. Mai rückläufig ist und achtet darauf, dass es keine Missverständnisse um Ort, Zeit und die Organisation der Party gibt. Vielleicht habt ihr auch eine Frau im Haus, zum Beispiel eine freiheitsliebende Tochter und die hat ihren eigenen Kopf und durchkreuzt eure Pläne. Der Vollmond am Freitagabend, den 5. Mai, ist eine Mondfinsternis und die Konstellation könnte euch nervös machen, besonders falls ihr für den Abend eine Party geplant habt. Doch Menschen, die euch wichtig sind, unterstützen euch tatkräftig und liebevoll, wenn ihr sie nur darum bittet. Alternativ eignet sich diese Konstellation auch sehr gut für eine ganz persönliche, tiefe Meditation über eure emotionalen und partnerschaftlichen Bedürfnisse. Sehr prickelnd und voller Überraschungen sind die Tage vom 7. bis zum 12. Mai und ihr seid spontan genug, um locker damit umzugehen. Ab dem 10. Mai habt ihr für den Rest des Monats ein soziales Highlight bis in den Juni. Ihr kommt mühelos mit netten Menschen ins Gespräch. Vielleicht macht ihr zum Geburtstag ein Frühlingsfest oder werdet in der Nachbarschaft eingeladen. Dann geht hin! Das Wochenende vom 13. und 14. Mai bietet eine schöne Party-Konstellation mit der Mondin in den Fischen. Und falls ihr euch wohltätig engagiert, könntet ihr dabei noch für einen guten Zweck sammeln, denn die Menschen sind hilfsbereit und liebevoll. Der Kontakt mit euren Geschwistern dürfte sich ebenfalls positiv entwickeln. Singles auf der Suche sollten die Augen im direkten Umfeld offenhalten. Beim Einkaufen, an der Tankstelle oder im Austausch mit alleinstehenden Schuleltern könnte es funken. Am 16. Mai ist es dann soweit und Glücksplanet Jupiter tritt in euer Zeichen ein. Begleitet wird ihr dabei vom Neumond im Stier nur drei Tage später, am 19. Mai. Diesen superwichtigen Neumond solltet ihr nutzen, um über eure ganz persönlichen Wünsche und Entwicklungsschritte zu meditieren. Jupiter wird ein Jahr lang euer Begleiter sein. Ihr könnt nun seine positive und wertschaffende Kraft in eurem Leben manifestieren. Gleichzeitig steht Saturn günstig. Es sollte euch also gelingen, günstige Chancen zu ergreifen, die euch Erfolg, Beliebtheit und auch mehr Geld bringen können. Nur eins wird mit diesem Jupiter-Transit schwer. Abnehmen. Vergesst Diäten und Kalorien sparen. Achtet stattdessen auf eine gesunde, frische und saisonale Ernährung. Vom 20. bis 28. Mai sind sehr intensive Tage. Mars wechselt in den Löwen. Das kann Aufregung in euer Privatleben bringen. Wundert euch nicht, wenn euch trotz der Feiertage im Mai viele Gedanken über eure Berufung und eure Karriere durch den Kopf gehen. Oder auch um das liebe Geld. Denn die Sonne geht am 21. Mai in die Zwillinge und aktiviert euren finanziellen Bereich. Vielleicht steht eine schwierige Karriereentscheidung an. Etwa ein lukratives Angebot, was aber zulasten eures Privatlebens gehen kann. Ihr könnt den Neumond auch nutzen, um darüber nachzudenken, ob ihr eure Lebenszeit und Energie in die richtigen und wichtigen Tätigkeiten investiert. Beobachtet in diesen Wochen genau, was in eurem Job läuft und ob ihr damit zufrieden seid. Insbesondere, wenn ihr um den 20. bis 21. April herum Geburtstag habt. Ergänzend dazu könnt ihr euch auch nochmal den Teil für die Stiere in meinem Video über Pluto im Wassermann anschauen. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung und den Shownotes. Gegen Ende des Monats kann euch der Kosmos außerdem auch noch eine äußerst wichtige neue Verbindung bescheren. Das kann sogar ein Seelenpartner sein. Aber auch ein anderer Kontakt, der euch beruflich oder privat Glück bringt. Es könnte auch mit einem Immobilienkauf oder Umzug zu tun haben. Jedenfalls müsst ihr euch ab dem 20. Mai im Bereich eurer Familien- und Wohnsituation kräftig engagieren. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantastischen Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Mai Geburtstag haben solltet. Der Mai bringt euch viel Innenschau und intensive Träume. Doch bevor wir uns das genauer anschauen, habe ich noch einen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats werdet ihr den Einfluss des rückläufigen Merkurs sicher noch ziemlich intensiv spüren, denn Merkur als Kommunikationsplanet ist ja euer Herrscher. Und das alles spielt sich bei euch im Lebensbereich für Traum, Fantasie oder Rückzug ab. Vielleicht seht ihr in der ersten Monatshälfte ungewohnt schweigsam oder spürt ein vermehrtes Bedürfnis nach Rückzug und Stille. Weil Liebesgöttin Venus noch bis zum 7. Mai durch euer Zeichen wandert, würden sich auch Reinigungs- und Beautybehandlungen super anbieten. Alles, was ihr für eure Schönheit und euer Wohlbefinden tut, ist jetzt besonders wirksam. Am 15. Mai wird euer Schutzpatron Merkur dann wieder direktläufig und dann sind bald die meisten Missverständnisse oder Schwierigkeiten in der Kommunikation wieder behoben. Vorher wird aber am 5. Mai der Vollmond im tiefgründigen Zeichen Skorpion super wichtig. Das ist zugleich auch eine Mondfinsternis. Bei euren täglichen Abläufen scheint sich da einiges zu verändern und es kann gut sein, dass bestimmte Routinen in den Tagen rund um den Vollmond nicht richtig funktionieren. Achtet mal gut drauf, ob ihr hier etwas verändern wollt. Die Energie wird durch die Mondfinsternis noch mehr verstärkt. Also, falls ihr schon immer mal eine Gewohnheit aus eurem Leben verbannen wolltet, die euch schadet, wie zum Beispiel zu viel Zeit am Handy, rauchen oder zu viel Zeit im Sitzen, kann euch die kosmische Energie jetzt zu Veränderungen motivieren. Meditiert doch mal über das Thema zum Vollmond oder schreibt Sachen auf, die ihr loslassen wollt. Das hilft. Ein neuer Zyklus, der uns für ein ganzes Jahr begleiten wird, ist der Wechsel von Jupiter in das Zeichen Stier am 16. Mai. Und das ist bei euch das verträumte zwölfte Haus. Jupiter könnte jetzt so eine Art innerer Geistführer oder Schamane für euch werden und eure Träume und eure spirituelle Veranlagung stark fördern. Eure Intuition wird angeregt. Und wenn ihr euch erlaubt, diese intuitive Seite an eurer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dann werdet ihr hier im nächsten Jahr tolle Fortschritte machen. Dieser Wechsel passiert, wie gesagt, am 16. Mai und wird vom Neumond im Stier am 19. Mai begleitet. Ein neues Lebensjahr liegt bald vor euch und wie immer bei diesen Übergängen ist auch die Rückschau sehr wichtig. In einer Meditation zu Neumond könntet ihr mit eurem alten Lebensjahr abschließen und die Samen für das Neue legen. Was hat euch glücklich gemacht und wo wart ihr nicht mit euch selbst im Reinen? Das könnten aufschlussreiche Fragen für euch sein. Dankbarkeit und Vorfreude sind hilfreiche Schlüssel für ein anstehendes neues Lebensjahr. Am 21. Mai um 9.09 Uhr wechselt die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Zwillinge und stärkt eure Vitalität und Lebensfreude. Ihr werdet die Feiertage rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten sicher gut dafür nutzen können, um auszuspannen und euch selbst zu feiern. Macht das auf jeden Fall, denn zeitgleich wechselt auch Kampf- und Aktionsplanet Mars in das feurige Zeichen Löwe und verstärkt eure kommunikative und lustige Art. Gesellige Events und feuriger Austausch mit spannenden Menschen werden euch zu unerwarteten Tiefen führen. Normalerweise seid ihr ja die Königinnen und Könige des Smalltalks und dadurch ein echter Gewinn für jede Party. Aber in der zweiten Mai-Hälfte gibt es eine Konstellation mit dem tiefschürfenden Pluto und die motiviert euch, nicht nur euren Worten Taten folgen zu lassen, sondern euch auch mit Themen auseinanderzusetzen, die ihr normalerweise als zu schwer, zu tief oder sogar zu bedrohlich empfindet. Das könnte euch auch tiefgründige Gespräche in euren Partnerschaften bringen und so bestehende Beziehungen festigen. Bei Flirts und spontanen Begegnungen kommuniziert ihr mit viel Leidenschaft und Feuer. Da ist es noch schwerer als sonst eurem Charme zu widerstehen. Eure gute Wortwahl kommt auch im beruflichen Umfeld super an und ihr werdet ernst genommen. Achtet jedoch in euren privaten und beruflichen Beziehungen bis zum Monatsende darauf, euer Gegenüber auch mal zu Wort kommen zu lassen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der Mai bringt euch eine wundervolle Ausstrahlung und ihr könnt euch sowohl privat als auch beruflich von eurer Schokoladenseite zeigen. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Mai ist der Merkur noch rückläufig und zwar bis Mitte des Monats und das im Bereich eurer Freundschaften. Dort könnte das zu Missverständnissen führen, zum Beispiel auch in eurem Verein. Nein, prüft Absprachen lieber doppelt, vor allem, wenn es auf den Vollmond am 5. Mai im mystischen Zeichen Skorpion zugeht. Das ist nämlich zugleich auch eine mächtige Mondfinsternis und die Energie wirkt bis zu drei Monate und zwar besonders in eurem sozialen Umfeld. Seid da also achtsam. Falls Frust in eurer Clique ansteht, nehmt es gelassen. Vielleicht könnt ihr sogar helfen, einen Konflikt zu klären. Was sicher toll wäre, wenn ihr mit Gleichgesinnten diesen besonderen Vollmond mit der Mondfinsternis feiern könntet. Vielleicht könnt ihr ein gemeinsames Ritual zu Freundschaftsthemen oder kreativen Projekten durchführen. Direkt am Anschluss beginnt für euch eine tolle Phase, denn Liebesgöttin Venus tritt am Sonntag, den 7. Mai, in euer Zeichen ein und dann seid ihr besonders liebevoll, charmant und fürsorglich. In den nächsten Wochen kann euch keiner widerstehen, weder eure festliierten Partner noch Flirts oder auch geschäftliche Kontakte. Für die Festliierten unter euch ist das eine tolle Zeit, um euren Herzensmenschen zu zeigen, wie viel sie euch bedeuten. Singles wirken anziehend wie eine Blume und können sich aussuchen, welchen potenziellen Flirtpartner sie erhören wollen. Doch egal ob vergeben oder nicht, auch für eure Herzensprojekte ist es eine ergiebige Zeit. Und auch euch selbst könnt ihr Gutes tun. Das sollte sich nur nicht zu sehr in finanziellen Ausschweifungen zeigen, denn euch sitzt die Geldbörse gerade etwas locker. Spontankäufe oder Superschnäppchen sind mit Vorsicht zu genießen. Beruflich läuft es auch gut. Bei geschäftlichen Beziehungen und Kundenkontakten oder Meetings könnt ihr euch im besten Licht darstellen. Schwierig kann allerdings die Phase vom 10. bis zum 20. Mai werden. Besonders wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt oder euer Aszendent im letzten Drittel des Krebszeichens steht. Kampfplanet Mars könnte euch in diesen Tagen unruhig oder ungewohnt aggressiv machen. Wenn sich Leute im Job oder auch euer Partner stur und verständnislos zeigen, regt euch das unglaublich auf. Versucht eure Energien mit Sport auszubalancieren oder wendet gegebenenfalls die 90-Sekunden-Regel an, um wieder runterzukommen. Danach könnt ihr euren Standpunkt viel gelassener vertreten. Nähere Infos dazu gibt es unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wasser wirkt auch ausgleichend auf euch. Vielleicht könnt ihr es euch mal einen Nachmittag lang an einem See gemütlich machen, relaxen und mit der Welt wieder ins Reine kommen. Zum 16. Mai haben wir einen wichtigen Zeichenwechsel. Dann tritt Glücksplanet Jupiter in das geerdete Zeichen Stier ein und steht dann für ein Jahr super günstig für euch. Der kosmische Wohltäter wird dann durch euren Freundschaftsbereich wandern und euch mit Menschen zusammenbringen, mit denen ihr ein kleines oder vielleicht auch größeres und wichtiges Stück eures Weges gemeinsam gehen könnt. Er unterstützt euch bei euren sozialen Kontakten, eurem Umfeld und in Gruppen von Gleichgesinnten. Falls ihr vielleicht im Rahmen des Naturschutzes oder der Gleichberechtigung schon immer mal einer Organisation oder einer Gruppe beitreten wolltet, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Drei Tage später, am 19. Mai, haben wir dann den Neumond im Zeichen Stier und hier könnt ihr euch super in einer Meditation mit eurem Kollektiv verbinden und darüber nachdenken, was man alles Tolles gemeinsam auf die Beine stellen könnte. Falls ihr Ideen oder Inspirationen sucht, werdet ihr in eurem Umfeld sicher fündig. Zu den Feiertagen an Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist die Sonne dann in die Zwillinge gewechselt und euch könnte der Sinn nach mehr Rückzug und Innenschau stehen. Eure spirituelle Seite wird betont und ihr seid verträumter und vielleicht auch stiller als sonst. Zum Monatsende schwächen sich auch die Marsspannungen wieder ab, bevor sie sich ganz auflösen und ihr seid wieder so lieb und sanftmütig, wie man es von euch gewohnt ist. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tollen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. In der zweiten Mai-Hälfte lauft ihr zu beruflicher Höchstform auf und seid super gefragt. Doch bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für euch. In diesem Sternzeichen-Horoskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats könnte es noch einige Spannungen im Beruf geben, weil Merkur dort rückläufig ist und das spürt ihr vor allem im Umgang mit Kollegen oder Vorgesetzten. Versucht nicht aus der Haut zu fahren. Ihr könnt gut brüllen, aber das ist nicht immer die beste Strategie. Auch Projekte könnten ins Stocken geraten und die Blockaden frustrieren euch. Dass ihr das schlauer und vielleicht auch kompromissbereiter lösen könnt, dazu rät euch Ideengeber Uranus. Ihr übernehmt gerne die Führung, aber manchmal ist es auch gut, anderen die Bühne zu überlassen. Probiert es mal aus. Denn wenn wir den Vollmond im tiefgründigen Zeichen Skorpion am 5. Mai haben, aktiviert er eure Heimat- und Familienthemen. Vielleicht ergeben sich dann sowieso private Themen, die eure Aufmerksamkeit fordern. Und dann seid ihr froh, wenn ihr euch im Job nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habt. Der Vollmond ist eine mächtige emotionale Finsternis und es könnte zu stressigen Momenten mit den Damen in eurer Familie kommen. Ihr habt gerade viel Fokus auf eurem beruflichen Weg. Eure Töchter oder Partnerinnen sehen das aber anders und ihr kommt aus der Rechtfertigung kaum heraus. Da baut sich schnell Frust auf, wenn es weder mit den Kollegen noch mit der Familie so richtig läuft. Vielleicht könnt ihr die Vollmond-Meditation nutzen, um euch hier zu sortieren und besser zu erkennen, welches jetzt der richtige Weg ist. Auf jeden Fall ist die Energie sehr intensiv. Versucht möglichst gelassen durch diese Tage zu gehen. Ab Mitte des Monats weht ein ganz neuer, frischer Wind. Und dann haben wir den großen, wichtigen Übergang von Optimist und Förderer Jupiter. Er wechselt am 16. Mai in das Zeichen Stier und aktiviert für ein Jahr den Berufungsbereich in eurem Horoskop. Große Projekte, Selbstständigkeit und völlig neue Lebenswege können sich jetzt zeigen. Und das nötige Quäntchen Glück ist dann auch noch dabei. Für zwölf Monate werdet ihr beruflich wachsen und neue Wege gehen. Wenn das keine tollen Neuigkeiten sind. Freut euch auf diese Phase. Samen, die ihr vielleicht schon vor längerer Zeit gelegt habt, werden jetzt aufgehen. Und der Weg eurer Berufung kann sich nun viel klarer als sonst für euch zeigen. Den Neumond im Stier am 19. Mai solltet ihr für eine Meditation über eure Lebenszile nutzen. Seid ihr auf dem richtigen Weg? Liebt ihr das, was ihr tut? Oder würdet ihr am liebsten eine neue Richtung einschlagen? Das sind Fragen, die jetzt für euch spannend sind. Am Tag nach dem Neumond, am 20. Mai, wechselt Kraftspender Mars in euer Zeichen. Grundsätzlich ist das ein toller Energieschub. Aber bis Monatsende steht der Kampfplanet in Spannung zu Pluto in eurem Partnerhaus. Und hier solltet ihr gut aufpassen, wenn es um eure Beziehungen geht. Ihr könntet euch jetzt stark unter Druck gesetzt fühlen. Was wollt ihr? Was will euer Partner? Streitigkeiten können sich zu richtigen Krisen entwickeln, wenn ihr Grundsatzthemen auf die Tagesordnung bringt. Versucht mit der 90-Sekunden-Regel zu arbeiten und atmet tief durch, wenn ihr merkt, wie der Zorn in euch aufsteigt. Und versucht auch Diskussionen nicht persönlich zu nehmen. Gerade an den langen Wochenenden mit den Feiertagen steigt bei euch leider das Streitrisiko. Vielleicht geht ihr einfach mal kurzfristig getrennte Wege und dann kommt ihr wieder dazu, euch mehr zu vermissen. Singles können sich jetzt durchaus leidenschaftlich in jemand Attraktives verlieben. Das kann sich allerdings auch als Strohfeuer entpuppen. Versucht euch nicht um jeden Preis durchzusetzen. Euer Ego will jetzt wahrscheinlich unbedingt gewinnen. Aber eure Beziehungen würden darunter leiden. Und ihr solltet achtsam mit euren Mitmenschen und vor allem mit euren Herzallerliebsten umgehen. Wenn es schon länger eine Krise gegeben haben sollte, könnten jetzt hier Entscheidungen fallen. Passt also gut auf euch auf und lasst euer Herz strahlen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Mai beginnt vielleicht noch etwas chaotisch, aber ab der Monatsmitte kommt ihr wieder in den Flow. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Rückläufigkeit eures Herrschers Merkur werdet ihr in den ersten beiden Maiwochen bestimmt noch merken. Es könnte alles viel langsamer gehen als sonst und das gefällt euch klugen Sternenkindern wahrscheinlich gar nicht so gut. Euer Geist ist super flink unterwegs und Verzögerungen rauben euch den letzten Nerv. Versucht gelassen durch die Phase zu gehen und euch auf eure Innenschau zu konzentrieren. Rückläufigkeiten ändern den Blickwinkel. Probiert also mal die Entschleunigung für euch zu nutzen. Wenn wir den Vollmond am 5. Mai im tiefgründigen Skorpion haben, dann werdet ihr bemerken, dass eure Gespräche schneller an Tiefe gewinnen als sonst. Passt gut auf, wem ihr welche Botschaft sendet, denn eure Worte sind noch mächtiger als sonst. Vorsichtige Aussagen und empathisches Zuhören könnten jetzt besser sein, als zu forscht zu werden. Andererseits wirken auch Botschaften, die ihr für Heilung oder Unterstützung aussprecht, besonders tief. Vor allem, weil es sich bei dem Vollmond um eine Mondfinsternis handelt und die Energie bis zu drei Monate nachwirken kann. Falls ihr euch für Rituale oder Affirmationen interessiert, wird es kaum einen besseren Tag in diesem Jahr dafür geben. Alles, was ihr sagt, geht direkt unter die Oberfläche und gräbt sich tief ein. Nutzt die Energie für positive Glaubenssätze und versucht, rund um den Vollmond besonders liebevoll mit euch umzugehen und zu sprechen. Das mache ich das nächste Mal besser, ist eine viel bessere Botschaft für euer Unterbewusstsein als Das habe ich schon wieder falsch gemacht. Mitte Mai ändert sich die Energie dann deutlich. Merkurs Rückläufigkeit endet am 15. Mai und der mächtige Jupiter wechselt in den Stier am 16. Mai und wird euch für ein volles Jahr mit seiner Energie des Wachstums und des Glücks unterstützen. Der kosmische Wohltäter fördert eure Vitalität und euer Interesse an neuen Lernfeldern. Euren Horizont zu erweitern und euch für viele Dinge zu interessieren, liegt euch ja sowieso. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mutig zu sein und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Setzt eure Gedanken in die Tat um. Ein längerer Auslandsaufenthalt, um eine Sprache zu lernen oder ein Projekt im Bereich Umweltschutz zu beginnen, das wären zum Beispiel super Möglichkeiten, die euch sehr gut tun würden. Eure Skepsis und Vorsicht gegenüber dem Unbekannten werden schwächer und ihr fühlt euch mutiger und optimistischer als sonst. Gut so, genießt es! Der Neumond im Stier am 19. Mai greift das Thema nochmal auf. Schickt euren Geist in einer Neumond-Meditation auf Reisen und öffnet euch für Eingebungen aus dem Universum. Alle Themen, die beispielsweise mit Natur und Kultur zu tun haben, werden euch in der nächsten Zeit besonders interessieren und ihr werdet viel über die Zusammenhänge lernen können. Freut euch drauf! Die Feiertage um Christi Himmelfahrt und Pfingsten bringen euch eine super soziale Phase, in der ihr angenehme Zeiten mit Freunden, Bekannten und euren Partnern verbringen könnt. Für alle Festliierten ist es eine wunderschöne Zeit, um bei gemeinsamen Projekten die Beziehung zu vertiefen. Und für alle Singles, die auf der Suche sind, können sich jetzt bis Anfang Juni tolle Flirtchancen bei Gruppenaktivitäten ergeben. Wusstet ihr, dass ein gemeinsam erlebtes Abenteuer den Flirtpartner direkt attraktiver macht und die Chancen erhöht, sich zu verlieben? Vielleicht setzt ihr auch gleich eure Vorsätze vom Neumond in die Tat um und fühlt euch inspiriert. Nach den freien Tagen seid ihr beruflich voll gefragt. Die Sonne steht dann in den Zwillingen und aktiviert eure Karriere und eure Berufung. Euer Terminkalender dürfte gespickt sein mit Anfragen und Veranstaltungen. Ihr bekommt in den nächsten Wochen viel kosmischen Rückenwind, was eure Selbstverwirklichung angeht. Nutzt diese Energie für euch. Falls ihr jetzt im Licht der Öffentlichkeit steht, werdet ihr das super machen und seid vielleicht selbst ganz überrascht, wie viel Spaß euch das Rampenlicht machen kann. Das ist möglicherweise neu für euch, wird sich aber schnell richtig gut anfühlen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Im Mai scheint es öfter um Beziehungsfragen und Finanzen zu gehen. Mit eurem Charme kriegt ihr das gut hin und es bleibt wahrscheinlich auch Zeit, die Feiertage zu genießen. Mehr darüber erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich noch diesen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt mit einer freundlichen Phase bis zum 7. Mai, in der ihr einiges wieder gerade rücken könnt, falls es zuvor Konflikte gegeben haben sollte. Und ganz generell sind das schöne Tage, um euch mit euren Liebsten gegenseitig zu verwöhnen. Alleinstehende können nun etwas für ihre Selbstliebe tun. Der Vollmond im Skorpion am 5. Mai aktiviert euren Bereich der gemeinsamen Besitztümer und damit auch eurer innerlichen Werte. Es ist zugleich eine Mondfinsternis und kann starke Gefühle wecken. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um mit eurem festen Schatz innige und auch erotische Momente zu erleben. Nehmt euch doch das Wochenende nach diesem Vollmond füreinander Zeit. Umgekehrt, falls in eurer Beziehung etwas im Argen liegt, dann wäre hier eine Sollbruchstelle. Vermeidet bitte unbedingt Konflikte ums gemeinsame Geld. Vertagt alle solchen Gespräche auf die Zeit nach Mitte Mai. Wenn ihr zu Vollmond gerne meditiert oder ein Ritual durchführt, könntet ihr es euren festen und verbindlichen Beziehungen widmen. Falls ihr alleinstehend seid, könnt ihr die mystischen und magischen Kräfte dieses Vollmonds in ein Vorhaben lenken, was ihr im kommenden Mondzyklus realisieren wollt. Dieselben Themen werden nochmal vom Neumond am 19. Mai im Stier aktiviert. Und ihr könnt ihn nutzen, um eure Beziehungen zu anderen oder euch selbst in der Meditation zu stärken. Oder auch, um ein Reichtumsritual durchzuführen. Ab dem 16. Mai dürften sich viele Probleme finanzieller Art wie von selbst lösen. Denn dann geht Wohltäter Jupiter in den Stier und aktiviert ebenfalls den Bereich eurer Werte und Verbindlichkeiten, die ihr mit anderen habt. Und zwar für ein ganzes Jahr. Das kann eine sehr erfolgreiche Zeit für eure gemeinsamen Finanzen werden. Umgekehrt könntet ihr nun auch den Wunsch verspüren, eurem Nachwuchs etwas zukommen zu lassen. Und warum auch nicht, wenn ihr die Mittel habt. Falls ihr zurzeit in einer noch lockeren Beziehung seid, kann die sich nun in den kommenden Monaten vertiefen und festigen. Solltet ihr zuletzt noch gestritten haben, wird es jetzt wahrscheinlich friedlicher. Und wenn euer Schatz Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann ist, könntet ihr auf ihn oder sie eine beruhigende und ausgleichende Wirkung ausüben, falls es stressige Momente geben sollte. Dank der erfreulichen Wirkung von Jupiter dürft ihr vom 17. bis zum 23. Mai sogar mit einer finanziellen Glückssträhne rechnen. Auch ohne großes Zutun könnt ihr einen Gewinn verzeichnen. Das könnte durch einen Lotterielos kommen oder durch eine unerwartete Zuwendung oder Ausschüttung. Interessant sind diese Tage auch für alle, die eine Immobilie verkaufen wollen. Jetzt erhaltet ihr einen guten Preis dafür. Beruflich könnte es im Mai zeitweise etwas stressig werden. Bis Mitte Mai kann der rückläufige Merkur für Missverständnisse bei Vereinbarungen sorgen. Außerdem habt ihr den Mars und ab dem 7. Mai auch die Venus im Karrierehaus. Das bedeutet, ihr habt beruflich starke und schöpferische Kräfte, gute Ideen und seid sehr motiviert. Dennoch kann es zu Konflikten kommen, etwa wenn Chef oder Chefin die Strategie ändern oder einfach emotional Entscheidungen treffen. Vielleicht fällt auch jemand wegen Schwangerschaft aus oder ihr sollt eine Feiertagsvertretung übernehmen. Ganz ehrlich, es lohnt sich nicht, da auf Konfrontationskurs zu gehen oder laut zu klagen, auch wenn euch Mars dazu anstiften will. Die meisten Wagen sind Weltmeister darin, freundlich Ja zu allen zu sagen und dann still vergnügt, doch die Dinge auf ihre eigene Art zu machen. Könnt ihr das auch? Dann bleibt dabei. Ab dem 20. Mai steht der Mars für euch vorteilhaft im Löwen und es läuft wieder rund. Dann würdet ihr euch nur ärgern, wenn ihr euch zuvor gestritten oder einer Zusatzaufgabe verweigert hättet. Mit der Sonne in den Zwillingen läuft es ab dem 21. Mai insgesamt angenehmer und leichter. Wahrscheinlich habt ihr schon längst eine schöne Reise oder Unternehmung zu Pfingsten geplant und genießt dann eure freien Tage. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der wichtigste Vollmond des Jahres für euch in eurem eigenen Zeichen ereignet sich jetzt im Mai und ist auch noch eine Mondfinsternis. Und auch sonst ist richtig viel los bei euch. Gleich erfahrt ihr mehr dazu. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Mai richtet der Kosmos seine Energie voll auf eure Partnerschaften. In der ersten Monatshälfte könnte es in der Kommunikation mit eurem Schatz Schwierigkeiten oder Missverständnisse geben. Denn Merkur ist noch rückläufig in eurem Partnerhaus und das kann schon mal für Chaos bei Absprachen oder Terminen sorgen. Versucht es locker zu nehmen. Ab Mitte Mai ist die Phase vorüber. Falls es Probleme geben sollte, die in die Tiefe gehen und die genauer betrachtet werden müssen, könnt ihr darüber meditieren und dafür die Energie des Vollmondes in eurem Zeichen nutzen. Also am 5. Mai am Freitagabend. Es handelt sich dabei zugleich um eine sehr intensive Mondfinsternis. Und eure Kraft zur Transformation wird noch weiter verstärkt. Die Energie kann bis zu drei Monaten wirken. Deswegen seid achtsam und liebevoll mit euch selbst und mit euren Beziehungen. Versucht nichts zu erzwingen. Umbrüche und Veränderungen könnten sich zeigen und vielleicht ist auch eine Partnerschaft dabei, die nicht mehr relevant für euren weiteren Lebensweg ist. Diese dürft ihr jetzt liebevoll gehen lassen. Und das betrifft sowohl private als auch geschäftliche Beziehungen. Der Vollmond hilft euch beim Loslassen, damit ihr Neues empfangen könnt. Denn ein wichtiger neuer Zyklus steht schon in den Startlöchern und wird euer Leben verändern. Am 16. Mai wechselt Wohltäter Jupiter ins Zeichen Stier und das ist bei euch das Partnerhaus. Er bringt euch dann für ein Jahr inspirierende Kontakte, wichtige Seelenpartner und Energie in eure bestehenden Beziehungen. Bis zum Sommer ist die Energie besonders stark, solange sich auch der Mondknoten noch in eurem Partnerhaus aufhält, der ebenfalls Begegnungen mit Seelenpartnern anzeigt. Das Schicksal könnte also Mitte Mai richtig laut an eure Tür klopfen. Stellt es euch so vor. Euer Beziehungsacker wird umgegraben und vom Kosmos her schweben neue Samen herbei, die sich dort aussäen. Ein neuer Zyklus beginnt und je offener ihr dafür seid, desto leichter wird es für euch werden. Auch der Neumond im Zeichen Stier am 19. Mai findet in eurem Partnerhaus statt. Und so können sich hier schon die ersten Neuanfänge zeigen. Nutzt die Neumondenergie vielleicht in einer Meditation, um euch darauf einzuschwingen. Wenn ihr Single seid und euch eine neue Beziehung wünscht, ist es der beste Moment des Jahres, um eure Wunschpartnerschaft zu manifestieren. Und wenn ihr etwas in bestehenden Beziehungen heilen möchtet, eignet sich die Energie ebenfalls bestens dafür. In der zweiten Monatshälfte baut sich ein Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto auf, was sich in eurem Arbeitsbereich auswirken kann. Mars wechselt am 20. Mai in den Löwen und ihr bekommt ein Spotlight auf euren Beruf und eure Berufung. Der Aspekt stachelt wahrscheinlich euren beruflichen Ehrgeiz stark an und ihr habt super viel Kraft, kann euch aber auch reizbar machen. Passt da bitte in den Tagen bis Ende des Monats auf, dass es nicht zu Konflikten mit Vorgesetzten kommt, die langfristige Folgen haben können. Besonders, wenn ihr in den allerersten Tagen des Skorpionszeichens Geburtstag habt. Es kann jetzt Spannungen zwischen eurem privaten und eurem beruflichen Umfeld geben. Seid ihr zufrieden mit eurem Job und fühlt es sich richtig für euch an, so viel Energie hineinzustecken? Eure tiefschürfende Art tut sich ja manchmal schwer damit, sich von einem eingeschlagenen Weg zu lösen, selbst dann, wenn ihr merkt, dass es nicht mehr stimmig für euch ist. Der Mai kann euch diesbezüglich vor wichtige Entscheidungen stellen, sowohl privat als auch beruflich. Nutzt die Feiertage zu Christi Himmelfahrt und auch zu Pfingsten, um eure Batterien wieder aufzuladen und vielleicht auch schon die eine oder andere Veränderung zu integrieren. Ab dem 21. Mai, wenn die Sonne in die Zwillinge geht, wird die Energie spürbar leichter. Das hilft euch dann nach den intensiven Mondphasen beim Sortieren und Durchatmen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantastischen Schützegeborenen und Schütze als Tendenzen. Der Mai beginnt wohl mit einigen Geduldsproben für euch, endet jedoch umso schöner. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch diesen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des neuen Monats merkt ihr die Energie des rückläufigen Merkurs bis zum 15. Mai, vor allem in eurem Alltag und vielleicht auch gesundheitlich. Ein allgemeines Unwohlsein oder ein stressiger Monatsstart könnten euch zu schaffen machen. Vielleicht ist eine Baustelle in eurer Straße immer noch nicht fertig oder etwas anderes geht euch auf die Nerven oder ihr seid einfach ungeduldiger als sonst. Achtet darauf, euch nicht zu verletzen oder durch hektisches Verhalten unnötige Risiken einzugehen. Der mächtige Vollmond am 5. Mai im Zeichen Skorpion verstärkt diese Energie noch, weil es sich hier um eine Mondfinsternis handelt, die bis zu drei Monate wirken kann. Eure Intuition und eure Träume sind dadurch stark angeregt. Am besten wäre es, ihr plant einen Tag oder ein Wochenende des Rückzugs und der Stille. Insofern wäre eine Vollmond-Meditation oder ein Ritual ideal, bei dem ihr darum bitten könnt, wichtige Botschaften im Traum zu empfangen. Der Vollmond wird gegen halb acht am Freitagabend exakt. Für euch wäre es eine schöne Vision, diesen Moment auf einem großen Stein in der Mitte des Waldes zu verbringen und euch in einer Meditation direkt mit dem Universum zu verbinden. Am 16. Mai passiert etwas für euch sehr Wichtiges, denn dann wechselt euer Herrscher Jupiter ins Zeichen Stier. Das bedeutet, dass ihr im nächsten Jahr viel über eure Gesundheit und eure täglichen Routinen lernen könnt. Auch an eurem Arbeitsplatz könnt ihr Verbesserungen erreichen. Und wenn ihr euch dort nicht mehr wohlfühlt, könnt ihr im Laufe der nächsten zwölf Monate einen Job finden, der mehr Erfüllung und vielleicht sogar mehr Geld bringt. Über diese Themen könnt ihr wunderbar zum Neumond im Stier am 19. Mai meditieren. Überlegt doch mal, welche neuen Abläufe ihr in eurem Alltag spannend finden würdet. Zum Beispiel ein neues Sportprogramm oder was eure Gesundheit stärkt oder wie euer Traumjob aussehen sollte. Für all solche Projekte erhaltet ihr durch Jupiter in den kommenden zwölf Monaten superkosmische Energien. Aktionsplanet Mars wechselt einen Tag später in den feurigen Löwen und ich wünsche euch sehr, dass ihr euch aufmachen und über die kommenden Feiertage verreisen könnt. Christi Himmelfahrt und Pfingsten bieten hier ja viele Möglichkeiten. Mars aktiviert eure Energien und könnte euch regelrecht rastlos machen. Bewegung, Abenteuer und am besten 24 Stunden am Tag an der frischen Luft. Das wäre jetzt genau das Richtige für euch. Achtet auch ein bisschen drauf, dass ihr nicht total begeistert euer eigenes Ding durchzieht und dabei über die Wünsche und Bedürfnisse anderer hinweg geht, mit denen ihr zusammenlebt oder arbeitet. Und seid auch vorsichtig, wenn ihr Dinge beobachtet, die ihr am liebsten spontan ansprechen würdet, ob euer Gegenüber die jetzt auch hören will und dafür bereit ist. Seid ein bisschen feinfühlig bei heiklen Themen. Die Sonne aktiviert ab dem 21. Mai in den Zwillingen den Beziehungsbereich in eurem Leben. Die Festliierten werden mit ihrem Schatz beispielsweise eine tolle Radtour unternehmen wollen und alle Singles, die auf der Suche sind, flirten im Fitnessstudio oder auf einer Wandertour schon durch ihre einfache Anwesenheit mit den Teilnehmern. Ihr seid in sehr erotischer Stimmung und davon profitieren eure Partner genauso wie eure kurzfristigen Flirts. Euer Charme hat in dieser Zeit einen tiefgehenden, mysteriösen Unterton und das kommt gut an. Wermutstropfen könnte sein, dass euch gegen Ende des Monats eine familiäre Angelegenheit Sorgen macht. Und dann müsst ihr euch darum kümmern. Das betrifft vor allem die Novemberschützen. Davor solltet ihr euch nicht drücken. Wenn ihr diese Aufgabe liebevoll und verantwortlich übernehmt, unterstützen euch die Sterne dabei und ihr könnt den tieferen Sinn darin sehen. In der letzten Maiwoche könnte es außerdem Spannungen wegen Geld oder Investitionen geben. Verschiebt solche Themen, egal ob mit Ehe oder Geschäftspartnern, am besten ein paar Tage in den Juni hinein, dann könnte sich das eine oder andere Problem sogar von selbst lösen. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Liebe Beziehungen und Flirts sind im Mai großgeschrieben. Auch eure kreative Ader ist geweckt. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich noch diesen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Mai fördert der Kosmos euer Liebesleben, Geselligkeit, Spaß am Umgang mit Kindern, Kreativität und Lebensfreude. Und auch wenn ihr in der ersten Maiwoche nach dem Feiertag direkt beruflich viel zu tun habt, macht euch das Spaß. Denkt nur dran, dass der Merkur noch bis Mitte des Monats rückläufig ist und lasst euch etwas mehr Zeit als sonst für Verabredungen und Projekte. Aber ihr freut euch auch garantiert auf die Feiertage und habt bestimmt schon Ideen, was ihr dann Schönes machen könnt. Allerdings gibt es einen angespannten Aspekt mit Kampfplanet Mars. Betroffen sind hier vor allem die Geborenen der zweiten und dritten Dekade. Diese Energie kann viel Leidenschaft in euer Beziehungsleben bringen, kann aber auch zu Konflikten führen. Und dabei geht es oft um emotionale Themen. Wenn ihr nicht recht mit den Gefühlen eures Gegenübers umzugehen wisst, dann hört einfach empathisch zu. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Nur zwischen dem 10. und dem 20. Mai könntet ihr dann doch mal die Kontenanz verlieren. Vor allem, wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt oder sich euer Aszendent im letzten Drittel des Steinbocks befindet. Dann kann die Stimmung in Beziehungen oder sogar auch mit Geschäftspartnern ziemlich gereizt sein. Also seid vorsichtig und wendet gegebenenfalls die 90-Sekunden-Regel an. Dazu findet ihr mehr Infos unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Schon der Vollmond mit der Mondfinsternis am 5. Mai wird sicherlich bei vielen Menschen die Gefühlswellen hochschlagen lassen. Zu euch steht die Konstellation ganz wunderbar. Vor allem, wenn ihr kreativ seid oder auch einem kreativen Job nachgeht, dürfte der gesamte Monat für euch unglaublich ergiebig sein. Ihr könnt die Mondfinsternis dafür nutzen, um über ein Herzensprojekt nachzudenken. Das kann sogar auch ein Flirt sein oder darüber, wie ihr bei der Arbeit mehr Kreativität einbringen könnt oder wie ihr mehr Spaß haben und Zeit mit Freunden verbringen könnt. Die Freunde könnten sogar rund um diesen Vollmond mal eure Hilfe brauchen. Dann solltet ihr für sie da sein. Ab dem 7. Mai und bis zum 5. Juni schenkt euch die Venus eine wunderbare Zeit für geselligen Austausch, um Leute zu treffen und zu flirten. Eure Gesprächspartner sind aufmerksam und machen euch Komplimente, zum Beispiel für eure Erfolge und euer Organisationstalent. Ihr habt viel zu tun, nehmt euch trotzdem Zeit für liebevolle Kontakte. Der Übergang von Jupiter in den Stier am 16. Mai ist eine großartige Nachricht für euch. Der Glücksplanet steht dann für ein Jahr ganz wunderbar und schenkt euch viele günstige Chancen. Ihr müsst sie dann natürlich auch ergreifen, aber euch als tüchtigen Steinböcken dürfte das nicht allzu schwer fallen. Gleichzeitig wird Jupiter euch daran erinnern und auch dabei unterstützen, mehr Genuss und Lebensfreude in eurem Dasein zuzulassen. Wenn ihr das Glück habt, kreativ und selbstbestimmt arbeiten zu können, kann das natürlich auch eure Arbeit sein. Jupiter kann euch beruflichen Erfolg bringen und eure Beliebtheit ankurbeln. Das ist ideal, falls ihr viel Kontakt mit Menschen habt oder beispielsweise in den sozialen Medien tätig seid. Ihr könnt sogar eure Umsätze mit einer Tätigkeit steigern, die euch auch noch Spaß macht. Besser geht's nicht. Über all diese Themen könnt ihr wunderbar zu Neumond im Stier am 19. Mai meditieren und euch vielleicht auch aufschreiben, was jetzt Neues und Genussvolles in eurem Leben Platz finden darf. In der Zeit vom 24. Mai bis zum Ende des Monats werdet ihr möglicherweise aus eurem Flow herausgerissen. Offenbar müsst ihr euch um eine Verpflichtung zu Hause oder um die Bedürfnisse eines Familienmitglieds kümmern. Vielleicht müsst ihr dem sogar eine Pfingstunternehmung opfern. Dann solltet ihr nicht hadern, sondern es als spirituelle Aufgabe ansehen, an der ihr wachsen könnt. Falls ihr also eine Verabredung wegen dieser wichtigen Verantwortung nicht einhalten könnt, lasst es die Beteiligten wissen. Sie werden es verstehen und euch nur noch sympathischer finden. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Nutzt die Feiertage im Mai zum Ausspannen. Es könnte nämlich zwischendurch ziemlich hektisch werden und ihr könnt die Auszeiten gut gebrauchen. Gleich erfahrt ihr mehr darüber. Vorher habe ich noch diesen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskope-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Gleich in der ersten Maiwoche ist einiges los bei euch. Während ihr nette Leute trefft oder vergnügt flirtet, kann es bei euch zu Hause drunter und drüber gehen. Passt zum Beispiel auf, dass ihr euch nicht aussperrt und den Schlüsseldienst holen müsst. Das könnte teuer werden. Vielleicht steht auch unerwarteter Besuch auf der Matte und ihr müsst kurzfristig alles Mögliche umorganisieren. Trotzdem habt ihr eine heitere Grundstimmung und die geht euch wahrscheinlich auch aufgrund der Situationskomik nicht verloren. Und lasst euch auch nicht hektisch machen, denn der Merkur ist noch bis Mitte Mai rückläufig. So lange kann es mehr als sonst zu Missverständnissen oder Verzögerungen kommen. Besonders um den Vollmond im Skorpion am 5. Mai herum, der zugleich auch eine Mondfinsternis ist, können die Nerven blank liegen. Die Konstellation aktiviert bei euch mögliche Konflikte bezüglich eurer beruflichen Ausrichtung und eurer privaten Verpflichtungen. Es könnte schwierig sein, beides unter einen Hut zu bekommen. Wobei sich privat auch sehr erfreuliche Entwicklungen abzeichnen, nämlich wenn Jupiter ab dem 16. Mai in den Stier wechselt und dann für ein ganzes Jahr eure Wurzeln und euren Familienzusammenhalt stärkt. Auch Uranus im Stier zeigt hier langfristig wichtige Veränderungen an. Insofern sind das alles dauerhafte Themen und da lohnt es sich, ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, wie ihr das in eurem Leben regeln wollt. Zum Beispiel könnte es darum gehen, einen Umzug zu planen oder vielleicht denkt ihr über einen Kinderwunsch nach und wie ihr für die neue Seele Platz in eurem Leben schaffen könnt. Zu all diesen Themen könnt ihr sowohl zu Vollmond ein Ritual durchführen oder meditieren, als auch zu Neumond am 19. Mai. Der findet nämlich im Stier statt und lenkt erneut Energie in euren privaten Bereich. Beruflich habt ihr ab dem 7. Mai und bis zum 5. Juni eine günstige Phase, um durch gute Kontakte weiterzukommen. Die Stimmung am Arbeitsplatz ist wohlwollend und vielleicht haben auch Freunde gute berufliche Tipps. Einige Wassermanngeborene scheuen sich, Bekannte und Freunde um Unterstützung zu bitten. Sie fürchten dadurch in die Pflicht einer Gegenleistung genommen zu werden. Doch manche Unterstützung und mancher Tipp sind ganz selbstlos und das dürft ihr annehmen. Guten Freunden hilft man einfach. Wahrscheinlich unterschätzt ihr, wie beliebt ihr seid. In eurem Privatleben könnte sich die Zeit vom 18. bis zum 28. Mai heikel gestalten. Besonders, wenn ihr ganz zu Anfang des Wassermannzeichens Geburtstag habt oder andere wichtige Horoskopfaktoren auf Anfang Wassermann stehen. Da haben wir nämlich starke kosmische Spannungen. Und wieder mal geht es darum, wie ihr eure beruflichen und gesellschaftlichen Lebensstile mit euren privaten Bedürfnissen und Verpflichtungen unter einen Hut bringen könnt. Und auch, was euer Partner oder Partnerin möchte, spielt dabei eine Rolle. Er oder sie möchte dann nämlich nicht mehr in der zweiten Reihe stehen und wird ungemütlich, wenn ihr euch immer nur mit euch selbst beschäftigt. Da besteht erhebliche Frustgefahr, wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr es niemandem recht machen könnt. Macht euch doch mal mit der 90-Sekunden-Regel vertraut, falls noch nicht geschehen. Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Diese Übung könnt ihr in diesen Tagen wahrscheinlich gut gebrauchen, wenn es stressig wird. Denn nur in ruhigen und zugewandten Gesprächen lassen sich solche Konflikte angehen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr seid auch langfristig auf die Unterstützung eures Umfelds angewiesen, wenn ihr durch die nächsten Jahre navigiert. Falls ihr selbstständig seid, könnten euch nun auch Geschäftspartner oder Auftraggeber unter Druck setzen oder zumindest sehr hart verhandeln. Auch hier ist es gut, wenn ihr ruhig, aber bestimmt auftretet. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Ab Ende Mai dürft ihr für die kommenden Wochen mit finanzieller Unterstützung seitens der Familie rechnen oder sogar einer günstigen Entwicklung, falls ihr mit einem Vermieter oder Käufer wegen einer Immobilie verhandelt. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Der Monat bringt euch erotisches Knistern und viel Fantasie in euren Beziehungen. Gleich schauen wir uns diese prickelnden Konstellationen näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. In diesem Sternzeichenhoroskop deute ich eure kosmischen Tendenzen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, kann ich euch bestimmt mit einem schriftlichen Horoskop weiterhelfen. Darin deute ich eure ganz persönlichen kosmischen Einflüsse auf der Basis eurer Geburtsdaten. Das ist dann genauer und individueller. Schaut euch doch mal um in meinem Horoskop-Shop. Da findet ihr viele hilfreiche astrologische Analysen. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Mai beginnt mit der Energie des rückläufigen Merkurs und könnte euch in der ersten Monatshälfte noch einige Probleme in der Kommunikation bringen. Lernen fällt euch nicht so leicht und ihr habt vielleicht Schwierigkeiten, euch zu konzentrieren. Vielleicht flüchtet ihr euch auch ganz gerne mal in Tagträume. Falls euch das verunsichern sollte, macht euch keine Sorgen. Ab dem 15. Mai seht ihr wieder klarer, wenn Merkur wieder direkt läuft. Der Vollmond am 5. Mai ist eine Mondfinsternis im Skorpion und ihre Kräfte der Transformation unterstützen euch mit einem fantastisch stärkenden Aspekt. Vielleicht bekommt ihr die Chance, etwas Neues zu lernen oder bei einer Reise euren Horizont zu erweitern. Ihr fühlt euch vielleicht ganz intuitiv zu einem neuen Themengebiet hingezogen. Folgt eurem Bauchgefühl. Das ist immer ein guter Rat. Die Mondfinsternis kann bis zu drei Monate wirken und es wäre sinnvoll, euch in einer Meditation mit eurem Unterbewusstsein zu verbinden, um Inspirationen zu bitten, wo sich etwas bei euch transformieren darf. Taucht hinab in eure seelischen Tiefen. Die starke Skorpion-Energie könnt ihr super anzapfen. Ein ganz wichtiger Zeichenwechsel im Mai ist der Übergang von Jupiter, der am 16. Mai in den Stier geht. Der Wohltäter wird euch für die kommenden zwölf Monate dazu anregen, offener auf Menschen zuzugehen und eure Meinung deutlicher zu äußern. Haltet ihr euch normalerweise mehr zurück oder seid eher schüchtern? Der Einfluss von Optimist Jupiter kann euch hier selbstsicherer machen, während ihr mit Saturn in eurem Zeichen auf Meisterschaftskurs seid. Ihr könnt in den kommenden zwölf Monaten über euch selbst hinauswachsen und neue Wege der Kommunikation und des Lernens gehen. Falls ihr mit Text und Sprache arbeitet, zum Beispiel als Autorin oder Blogger oder wenn ihr in den sozialen Medien aktiv seid, wird das eure Schaffenskraft anregen und eure Community vergrößert sich. Freut euch darauf, das wird eine tolle Erfahrung. Für euer Liebesleben und eure Beziehungen habt ihr den ganzen Monat sehr schöne Tendenzen. Eure festen Partnerschaften, Flirts und neue Liebesabenteuer blühen und gedeihen. Auch Beziehungen zu Kollegen, Geschäftspartnern oder Kunden verlaufen ergiebig und erfolgreich. Vielleicht findet ihr auch einen neuen Zugang zu erotischen Ideen. Habt ihr schon mal versucht, eure sinnlichen Fantasien aufzuschreiben? Egal, ob ihr dabei an einen realen Menschen denkt oder es reine Fantasy ist, so ein Experiment würde euch wahrscheinlich viel Spaß machen. Und alle Singles, die auf der Suche sind, können jetzt bei ihren Hobbys oder karitativen Veranstaltungen direkt von Arm aus Pfeil getroffen werden. So prickelnd, wie es gerade privat für euch läuft, so widersprüchlich agiert ihr in anderen Lebensbereichen, vor allem in eurem beruflichen Umfeld. Die ganze erste Monatshälfte tut ihr euch schwer mit Entscheidungen und überlegt es euch immer wieder anders. Versucht, Kundentermine und Präsentationen in die zweite Monatshälfte zu legen. Dann habt ihr wieder einen klareren Durchblick und wisst, wohin die Reise gehen soll. Am 19. Mai haben wir den Neumond im Stier und der kann das Thema der vorausgegangenen Mondfinsternis nochmal aufgreifen. Falls ihr zu Neumond meditieren wollt, könnt ihr euch super mit den Kräften von Mutter Erde verbinden. Lauscht der Natur, die Sprache der Bäume versteht ihr gerade besonders gut. Zum Monatsende könntet ihr stärker eingespannt sein, was euer Familienleben und euren Alltag angeht. Ihr habt dann zwar viel Energie, aber passt auf, dass ihr euch nicht zu sehr stressen lasst. Die Feiertage zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten bringen euch auf jeden Fall eine wohlverdiente Pause. Und weil euer Draht zum Universum und zur Schöpfung gerade besonders gut ist, macht es absolut Sinn, möglichst viel Zeit in der Natur, speziell im Wald oder an einem Gewässer zu verbringen. Am besten, ihr nehmt die Familie gleich mit und erfreut euch gemeinsam an der Schönheit der Natur. Das waren eure Tendenzen im Mai. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Zum Schluss kommt hier wie immer mein Service-Teil mit meinen nächsten Terminen und Angeboten. Wenn ihr euch in eurem Sternzeichenhoroskop nicht wiederfindet oder überhaupt mal tiefer in euer Geburtshoroskop einsteigen wollt, dann kommt für euch vielleicht eine persönliche Beratung bei mir in Frage. Alternativ kann ich euch auch mit einem meiner schriftlichen Horoskop-Produkte weiterhelfen. Die werden auf eure persönlichen Geburtsdaten berechnet und berücksichtigen alle Planeten in eurem individuellen Horoskop. Ihr findet mein Beratungsangebot auf meiner Homepage im Horoskop-Shop und den verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der nächste Livestream mit Gewinnspiel findet statt am 2. Mai unter dem Titel Botschaften der Seele. Da schauen wir uns die Konstellationen der Mondfinsternis am 5. Mai nochmal ganz genau an und ich gebe euch Tipps für ein schönes Ritual. Im Gewinnspiel könnt ihr ein persönliches schriftliches Horoskop gewinnen und dazu müsst ihr euch aus Datenschutzgründen vorher anmelden. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung und den Shownotes. Ich freue mich auf euch. Außerdem plane ich einen Beitrag über Jupiter. Der tritt ja am 16. Mai in den Stier ein und dann spreche ich darüber, was das für die 12 Sternzeichen bedeutet. Und das Video soll am 13. Mai online gehen. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Diesmal gibt es ein schriftliches Geburtshoroskop zu gewinnen. Das sollte man auf jeden Fall im Schrank haben. Und falls ihr schon eins habt, könnt ihr den Gewinn auch übertragen und einem lieben Menschen das Geburtshoroskop zukommen lassen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen konstruktiven Kommentar, von dem ich was lernen kann, zum Beispiel wie die Konstellationen für euch wirken und schreibt mir dabei auch euer Sternzeichen und den Aszendenten dazu. Und lasst mir ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und vergesst dabei auch nicht das Glöckchen für die Benachrichtigung, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ans Herz legen möchte ich euch noch mein Video Die Macht der Freiheit über Pluto im Wassermann und auch der Beitrag über Saturn in den Fischen, den kann ich nur empfehlen und natürlich auch meinen Beitrag zur Finsternissaison. Ich wünsche euch einen schönen Mai und alles Gute mit den Sternen. Maurittel der Bürger! julg потерhit! interessanten Euer.